Ein herzliches Grüß Gott in der Erlebnissehase Natur im Garten Wien. Wir sind hier im Glashaus und hier wird fleißig gewerkt. Es werden Gestecke hergestellt, Adventgrenze und da ist jetzt die beste Zeit, um Koniferen aus unserem Garten, zum Beispiel die Weihrauchzeder, die jetzt gerade blüht, oder Blaufichten, Eiweiter, da gibt es viele schöne Sachen, die man abschneiden kann und dann gut in eine Schale mit Oasisziegel steckt. Wir haben eine Kerze noch dazu, schöne bunte Früchte, Bockerl und so bringen wir unseren Garten ins Wohnzimmer und es wird gemütlich, behaglich, auch jetzt in der eher kalten und düsteren Zeit. Viel Spaß und pfiat Gott!